Es ist black and white Hey Leute, was geht denn herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf meinem Kanal Schön, dass ihr mit am Startseit Freunde Jaworski, fragt die Info Morgen gibt es den letzten Ja brach, den letzten Spieltag? Nein, falsch Morgen gibt es das Viertelfinale vom TOTS Joschda Cup auf meinem Kanal Seid ihr unbedingt am Start, die Premiere werde ich denke ich mal noch raushauen Oder habe ich noch rausgehauen, wenn ihr das Video seht Genau, auf jeden Fall unbedingt einschalten am Dienstag Da ist dann das Viertelfinale gegen Moritz FM Das Duell dabei in Moritz Also das ist auf jeden Fall sehr sehr wild, schaltet unbedingt morgen ein Und genau Freunde Ich habe übrigens 150 geknackt, weil ich noch einen Skillboost verbessert hatte Ich wollte ihn noch verbessern, habe dann gemacht Und habe ich noch 150, perfekt Äh, genau Freunde Ähm, in dem Video soll es ja um das neue Event gehen Ihr seht es ja schon im Titel und im Thumbnail Und zwar hat ja hier FIFA Mobile oder EA Hat er hier bei Benutzer Feedback Kann man schon das neue Logo sehen, Freunde Interessant Das ist also das neue Logo vom neuen Event, Freunde Und was, ich weiß nicht Also ich glaube Das ist das neue Event das, äh, Treasure Hunt wird Weil ich blende euch jetzt mal hier nur so eine Liste ein Und da stehen so grob, ist so ein grober Ablaufplan der ganzen Events Wenn man mal so drauf guckt, stimmt auch teilweise das ein oder andere Event Ähm, von daher könnte man eigentlich schon vermuten Dass das hier das neue Logo für das Treasure Hunt Event ist Ähm, könnt mir ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben Also ich denke halt wirklich, dass es das Treasure Hunt Event wird Ähm, aber ich kann das auch nicht so richtig erkennen Dieser Ball, dieses goldene Ding, was es da, äh, hinter Mbappé sein soll Puh, sieht, sieht interessant aus, Freunde Sieht interessant aus, auf jeden Fall Hier liegt EA schon ein bisschen das neue Event Ähm, weil das wird natürlich, das wird halt der, äh, ja, das, das Bild im, das Bild im Handy Ja, wie sagt man das, das wird halt das Home-Bild sein Also nicht das Ladebild, wenn man reingeht von, äh, wie man reingeht in FM Sondern halt, wenn man die App starten möchte Wenn man auf die App draufklicken will, da ist ja auch mal so ein kleines Bild Und das wird es auf jeden Fall sein Ähm, genau Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant Aber wie gesagt, ich tippe halt Treasure Hunt Schreibt mir gerne eure Vermutung in die Kommentare Ähm, genau, weil am 5. Tag endet ja das Champions-League-Event Das heißt diesen Donnerstag, ähm, genau Und dann kommt halt das neue Event Und, ja, Freunde, es wird wild Es wird wild Ähm, Champions-League kann ich jetzt noch nichts machen Da hab ich ja noch hier, hab ich glaube ich noch 0 Genau, da müssen wir noch ein bisschen warten Ich nehm es ja auch gerade am Sonntag auf, deshalb Ähm, und hier hab ich ja auch schon alles gespielt Wie gesagt, Neymar kommt immer näher Und näher, ähm, genau Es wird noch immer wild Und, ganz Genau, Freunde, ähm, wir können eigentlich Noch mal hier ein bisschen Oh komm, wir machen ein Liga-Turnier Wir machen mal ein Liga-Turnier Es hat gerade eben erst angefangen Können wir hier gleich schon mal ein bisschen spielen Platz 7 bin ich Platz 7 So, also wie gesagt, Freunde, schaltet unbedingt ein Morgen Ähm, gegen Marvel, okay Schaltet unbedingt ein morgen, weil, ja, der Tots Cup ist immer wild Und Viertelfinale Moritz gegen Moritz Verspricht Spannung Das ist Spannung pure, Freunde Also unbedingt einschalten, jawohl So, gegen Marvel 144 Sollten wir eigentlich gute Chancen haben, oder? Sollten wir eigentlich gute Chancen haben Was hat er für eine Abwehr? Jo, er hat Hiro, okay Und was, er spielt mal, ne, auf, ja, perfekt Er spielt mal, ne, einfach auf LV Ja, kann man mal machen Huch Also Hiro wird auf jeden Fall kritisch Da vorne, äh, da hinten drin So, wir haben Robert Lewandowski Wir haben, lol, WTF Okay Das wäre mir ein bisschen komisch Warum der Ball der Versprung ist Komm Leber Jawohl Also 15 Tore müssen eigentlich 15 Tore müssen eigentlich Ja, der kommt Der kommt an Marien Nein Schade Na, okay Es war dumm zu schießen Ballack Ah, Levi, komm Ah, okay Äh, mit Umwegen geht der Ball rein Aber wir haben jetzt viel, viel, viel Zeit verloren Cargo Jawohl Komm Bring ihn hoch Bring ihn da oben Ja, Xavi, komm Wichtig und richtig Viel zu null Sieht gut aus, Freunde Levy Ja, 5 zu null Stevie G 6 zu null Ja, 15 Tore sind auf jeden Fall jetzt noch drin Stevie G 7 0 Perfekt Es läuft wirklich alles nach Plan Ballack Ah, okay Der geht noch rein 8 0 Perfekt Nach Tore, komm Robert Lewandowski Jawohl Sehr nice Boah, Ballack geht hier vorbei Schickt da Beckham auf die Reine Aber da ist man, nee Der ist ein bisschen zu schnell Ah, Beckham Sie nach innen Beckham Sie nach innen Oh, man, nee Kann gerade noch stoppen Da hätte ich lieber abspielen müssen Xavi, komm Kaku Jawohl Zehn Tore haben wir jetzt Ah, das wollte ich gar nicht Hoch Spiel hoch Wunderschön gespielt Wunderschön gespielt 11 zu null Jawohl Beckham Jawohl 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 Lukaku Gut Zwei Tore noch Komm, Freunde Noch zwei Tore Die müssen wir packen Ballack, komm, Junge Jawohl 14 zu null Ballack, komm Nein, der geht Ja, es war klar Ich habe es vorausgesehen Weil der Ball Ballack, der sich noch ein bisschen Rechtsbewegt hat Lukaku, komm Komm, noch ein Tor, bitte Ja, tolle Chance Komm, Lukaku, bitte Bitte, bitte, bitte Wichtig Und richtig So, jetzt nochmal vielleicht 16 machen Runter damit Hoch damit Nochmal hoch Wunderschön gespielt Er kriegt keinen Druck Flanke Nein, ich habe es verkackt Oh, wir kriegen noch eine Chance Wir kriegen noch eine Chance Wir kriegen noch eine Chance Lukaku, komm, Junge Promilu, Karo, Freunde 16 Tore am Ende Ja, Volski, Alla Das ist doch ein gutes Ergebnis Hier zum Abschluss Und Ja, Freunde Ich würde sagen, wir haben es gewinnt Mit dem Video Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like Lasst gerne ein Abo da Seid unbedingt morgen alle bei der Premiere dabei Es wird wild Bis morgen Haut rein Und ciao Lass uns bei die Bis morgen Bis morgen Servus Bis längere Bis zum nächsten Mal.